Ah! Ich will zu meiner Mami! Wein nicht, Schatz, das war doch nur eine Spritze. Ich weiß, ich will nur meine Mami! Hat sie auch wirklich nichts, Doktor? Ich hoffe, die Spritze hat ihr nicht wehgetan. Oh, keine Sorge, Mr. Pickles, das wird schon wieder mit ihr. Es ist nur so, ein paar Kinder ertragen es und andere eben nicht. Kleine Helden, weiße Strümpfe. Wisst ihr es schon? Das sind die Schlümpfe. Die Schlümpfe, jetzt auf ProSieben. Das schlumpfigste Heft, seit es Comics gibt. Holt euch das Schlumpf-Magazin. Mit vielen Seiten zum Lachen, Spielen und Gewinnen. Jeden Monat neu. Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe. Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargabels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Das Dörfchen gibt's immer noch.